Wissen, welchem Fußballverein ich so ein bisschen nahe stehe, gesagt, meine Gute, vielleicht hat man auch einfach nur einen frustrierten Fett, den wir gestern hier in Stuttgart gesehen haben, einfach verfolgen können, als er sein BVB-Trikot ausgezogen hat, den hier in die Ecke geworfen hat, welches ein Teil damit hier zu diesem Kostüm geführt hat, wie gesagt, Spötter, nein, das stimmt nicht, sondern... Es ist die Wutzi-Biene, steht hinten noch drauf und das ist Tina Däurer und C.T. Sowohl eine Biene auf dem Stiefel, Oppala, vorne auf der Stirn, hinten am Satte. Und auch die ist unglaublich schnell, trotz dieses einen Abwurfes geht das unglaublich rasant hin auf die letzten Metern. Die Grundzeit von 57 Sekunden, ganz, ganz stark von Tina Däurer, 57, 2, 8 Sekunden, wäre sie dort fehlerfrei geblieben, hätte sie damit Jörne Spree zum Beispiel verdrängt auf dem dritten Platz. So ist es nicht Platz drei, aber immerhin ein sehr, sehr guter siebter Platz geworden. Das wundervolle Kostüm von der Wutzi-Biene mit Tina Däurer. Und, ja, jetzt wird noch kurz bekannt gegeben. Der Sieger steht fest, meine Damen und Herren, keiner war schneller als Alberto.